Manche Menschen wirken einfach langweilig und das trotz oder leider sogar vielleicht wegen ihrer Intelligenz. Dann auf der anderen Seite ein Donald Trump, der unglaublich viele Menschen begeistert, sogar eine Wahl gewinnt und auch unterhaltsam wirkt. Was macht er anders? Er nutzt ein super simples Prinzip, das Führungskräfte immer wieder nutzen. Solltest du auch verwenden. Und zwar, die meisten Menschen, die gerade Experten, Experten an einem Thema sind, wollen das, was sie vieles wissen und auch komplexe Zusammenhänge kennen, auch so an andere mitgeben. So ersticken wir in Wüsten von langweiligen und viel zu schwierig formulierten Präsentationsfolienschlachten fast schon. Das solltest du nicht machen. Hier gilt der Satz, Einfachheit gewinnt. Je leichter du eine Aussage auf den Punkt bringen kannst, desto mehr Menschen wird sie erreichen. Und selbst wenn die Leute auch eine schwierigere Aussage verstehen könnten, gibt es gute Studien dazu, die zeigen, dass leichtere, einfachere Aussagen trotzdem gewinnen. Sie werden als positiver bewertet, sie werden als überzeugender bewertet und vor allem bleiben sie einfacher hängen. Jetzt sagst du vielleicht, ja ich bin Experte in meinem Bereich oder ich bin jemand, der irgendwelche Tabellen auswerten muss oder ich bin Programmierer oder was auch immer. Ja, du darfst natürlich eine hohe Expertise haben, aber richte dich immer an dein Publikum und hier heißt es, Einfachheit gewinnt. Je einfacher du kommunizieren kannst, desto mehr Menschen wirst du erreichen. Auch ich könnte dir jetzt super viel darüber erzählen, welche Studien von Daniel Kahnemann und Amos Tversky zur Fluidity of Verarbeitungswissigkeit auf Deutsch quasi, um es ein bisschen einfacher zu machen, dazu führen, dass so und so, das interessiert keinen. Ich sage einfach das Wort, Einfachheit gewinnt, verknüpfe es mit Donald Trump und jeder kann sich vorstellen, stimmt, der hat es auch so gemacht, einfach gesprochen und trotzdem und gerade deswegen viele Menschen überzeugt. Wenn du es auch für dich nutzen willst, dann nutze es bei der nächsten Präsentation, selbst wenn Teile komplex sein dürfen, die Hauptaussagen sollen immer einfach sein. Einfachheit gewinnt. Nutze diesen Impuls für dich, dann hast du mehr kommunikativen Erfolg und wenn du noch mehr haben willst, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.